Hallo Investoren, hallo Trader. Zuerst einmal wünsche ich allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und herzlich willkommen zu unserem ersten Video im Jahr 2023 des Portfolio Builders. Der Portfolio Builder ist eine sehr starke Softwarelösung, mit der regelbasierte Portfolio Konzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung ist einfach. Auf Basis fundamentaler technischer und Chart-Signalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren. In diesem Format bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Das Interessante an den Einstellungen, die wir hier für unser Depot verwenden, ist die Tatsache, dass sie uns immer zeigen, welche Aktien und Branchen aktuell die Märkte anführen. Im Monat Dezember musste unser Depot einen Rückschlag erleiden, nachdem es im November ja wieder relativ stark nach oben ging. Ja, und so gab es im Dezember mit Catalyst nur eine Aktie, die einen Gewinn erzielte und die uns auch erhalten bleiben wird. Alle anderen Aktien wurden ausgebucht. Da sich unser Musterdepot auf US-amerikanische Aktien mit einem hohen Momentum konzentriert, muss klar sein, dass wir hier enorme Kursschwankungen in beide Richtungen aushalten müssen. Und so will ich wie immer darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres darstellt. Der Traderfox Portfolio Bilder ist ja ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach euren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Der Traderfox Portfolio bildet es insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen. Ein beliebtes Tool. Infos dazu findet ihr unter dem oben eingeblendeten Link. Ja, und wie ihr eure eigenen Portfolios, eure eigenen Strategien erstellt, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht hier unsere verschiedenen Tools und ihr geht einfach auf den Portfolio Bilder, meldet euch bei Traderfox.de an. Und dann könnt ihr natürlich hier verschiedene Universen wählen und einfach eine eigene Strategie entwickeln und backtesten. Unsere Strategie setzt sich zusammen. Ihr seht hier die Kriterien, die fundamentalen. Und ich zeige euch mal kurz die technischen. Und am Schluss ist hier wichtig, dass es immer eine Gesamtgewichtung von 100% geht. Ihr könnt natürlich auch hier Entry Rules einstellen. Da zeige ich auch mal kurz. Es gibt ja hier wirklich sehr viel, welche wir hier haben. Das sind einmal die technischen und einmal die Chart-Signale. Einmal hier das neue hoch. Ich habe hier das Datum 3. Januar. Denn am 2. Januar, da wurde ja in den USA nicht gehandelt. Deswegen gab es die Umschichtung erst am 3. Januar. Dann gehen wir hier mal auf Ranking erstellen, damit ihr hier sehen könnt, welche Aktien heute in Frage kommen. Und das sind sieben Stück. Ja, Wegside. Die hatten wir ja erst im November im Depot. Meines Erachtens immer noch ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, was man unbedingt beobachten sollte. Ja, und dann kommen wir auch gleich mal zu den Aktien, die ausgebucht wurden. Beziehungsweise ich zeige euch einfach auch mal noch kurz unsere Performance. So, die haben wir hier. Der ist ja leider wieder ein bisschen zurückgekommen. Wir waren ja schon bei 107% im letzten Monat. Ja, und ihr seht, jetzt sind sie leider nur noch 93%. Als Benchmark haben wir hier einfach aus Übersicht, der Übersicht halber, den S&P eingestellt, damit man einfach ein bisschen einen Vergleich hat. Das sind jetzt hier 24%. So, und dann kommen wir auch schon zu den ausgebuchten Aktien. Zur Information, im Dezember hatten wir ja Impinch, First Solar, Supermicrocomputer und Clearfield ebenso Catalyst Pharmaceuticals im Depot. Alle Aktien bis auf Catalyst Pharmaceuticals wurden ausgebucht. Den größten Verlust mit über 20% haben wir bei Clearfield erzielt. Ja, das tut weh, aber sowas kommt eben vor. Catalyst Pharmaceuticals bleibt uns erhalten und ich finde das Unternehmen weiterhin sehr, sehr spannend. Das hat ja mit 4 DAPSE das einzig zugelassene Medikament für das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom. Mitte Dezember gab es hier sehr gute Neuigkeiten. So kündigte das Unternehmen an, dass man die US-Rechte an dem Epilepsie-Medikament Ficompa von Aisai erwirbt. Zusätzlich sichert sich das Unternehmen eine Überprüfungsphase und geht in mögliche Verhandlungen über den Erwerb eines seltenen Epilepsie-Produkts aus der Pipeline des japanischen Arzneimittelherstellers. Die Analysten von AC Rainwright hoben daraufhin das Kurs Ziel für Catalyst Pharmaceuticals von 18 auf 24 US-Dollar an und beließen das Rating auf Buy, da die Analysten mit Ficompa eine ganz neue Seite des Wachstums sehen. Ihr seht schon, die Aktie zeigt weiterhin Stärke und ich denke mal nach der kurzen Konsolidierung dürfte sie auch schnell auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. So, dann kommen wir auch schon zu den eingebuchten Aktien. Ihr seht, es handelt sich um ELF Beauty und um drei Biotechnologiewerte. Axon Therapeutics, Acero Therapeutics und Sarepta Therapeutics. Wir beginnen aber erst mal mit ELF Beauty. Das ist ein Hersteller von Kosmetikprodukten wie Make-up, Eyeliner, Cremes und Lippenstiften. Der Verkauf erfolgt online sowie in ausgewählten Drogerien. Dabei legt das Unternehmen seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und betont den Verzicht auf Tierversuche für die Entwicklung seiner Produkte. Im September 2022 wurde eine Produktionsstätte von ELF mit dem Fairtrade USA Zertifikat ausgezeichnet. Damit ist ELF das erste Unternehmen der Kosmetikbranche mit dieser Auszeichnung. Die Marktkapitalisierung liegt hier übrigens bei 3 Milliarden US-Dollar. Langfristig positioniert sich ELF Beauty in mehreren Megatrends. Zum einen dem Veganismus und eben der Nachhaltigkeit. Zudem wagte das Kosmetikunternehmen unter dem Motto Gaming trifft auf Make-up als eines der ersten Unternehmen den Schritt in den Gaming-Markt. Und nimmt Kurs auf das künftige Metaverse. Im Oktober 2021 wurde von ELF der erste Beauty-Markenkanal auf Twitch gestartet, mit dem insbesondere weibliche Gaming-Fans angesprochen werden sollen. In den letzten Jahren zeigte ELF eine stabile Umsatzentwicklung. Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze um 23% gegenüber dem Vorjahr. Und zuletzt beschleunigte sich das Wachstum weiter und das Management erhöhte, wiederholt die Prognosen. Seit 2015 arbeitete das Unternehmen jedes Jahr profitabel. Die Nettomargen waren zwar zwischen 2017 und 2021 leicht rückläufig. Die Bruttomargen allerdings blieben konstant bei 60 bis 65%. Im aktuellen Geschäftsjahr sollen die Gewinne wieder anziehen. Möglich scheint dies durchaus zu sein. So wurde die Gewinnprognose zuletzt vom Management um satte 26% angehoben. Nach dem TraderFox-Wachstum-Check bekommt die Aktie 12 von 15 Punkten. Einzig beim Umsatz- und Gewinnwachstum gibt es dann den Abzug. Die größte Gefahr dürfte aktuell in der überdurchschnittlich hohen Bewertung zu finden sein. So liegt das KGV bei 7 und das KGV liegt bei 100. Allerdings, wenn das Wachstum hier wieder stärker anzieht, dann könnte sich das auch ändern. Dann könnte es hier durchaus auch zu einer günstigeren Bewertung bei gleichem Kursniveau kommen. Die Aktie von ELF Beauty konsolidierte seit 2020 und gab in der ersten Jahreshälfte 2022 mehr als 30% nach. Seit Ende Mai zieht sie allerdings wirklich sehr steil nach oben und machte zuletzt immer neue Allzeithoch. Ihr seht es sicher selbst. Aktuell bildet die Aktie eine schöne Flatbase am Allzeithoch aus. Durch diese schöne Flatbase kann man auch einen relativ risikolosen Einstieg mit enger Verlustbegrenzung wählen. Das würde ich prozyklisch machen, wenn die Aktie bei 57 US-Dollar ausbricht. Das zweite Unternehmen ist Serepta Therapeutics. Das ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika zur Behandlung seltener erblicher Krankheiten beschäftigt. Das Unternehmen ist Führen in den Bereichen Duchenne Muskeldystropie, abgekürzt DMD. Das ist eine seltene, fortschreitende und erbliche Muskelerkrankung, die mit zunehmendem Muskelschwund einhergeht. Gleichzeitig forscht man an der Gliedergürtelmuskeldystropie. Ein gemeinsames Merkmal sind Lähmungen der Muskulatur, des Schulter- und des Beckengürtels. Zusätzlich hat Serepta derzeit mehr als 40 Programme in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die umfangreiche Produktpipeline wird von plattformübergreifenden genetischen Präzisionsmedizin in den Bereichen Gentherapie, RNA und Genbearbeitung angetrieben. Das Unternehmen ist schon relativ alt, 1980 gegründet. Er hat seinen Hauptsitz in den USA, in Massachusetts. Die Marktkapitalisierung beträgt 10,6 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen zum dritten Quartal, die Anfang November veröffentlicht wurden, mit einem Umsatz von 230 Millionen und einem EPS-Verlust von minus 0,80 US-Dollar, sie lagen beide unter den Erwartungen, enttäuschten aber nur kurz für das Gesamtjahr. Da wird ein Umsatz zwischen 825 und 840 Millionen US-Dollar erwartet. Ein Gewinn wird allerdings frühestens im Jahr 2024 erwartet. Im Oktober hatte das Unternehmen eine beschleunigte Zulassung von SERP 9001 für die EMD eingereicht. Hierin liegen aktuell auch die größten Hoffnungen für das Unternehmen, wobei diesbezüglich im Laufe des Jahres hier eine Entscheidung folgen sollte. Wie gesagt, das Unternehmen ist nicht profitabel, verfügt aber über eine relativ liquide Ausstattung. Das sind liquide Mittel in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsverlust war aber auch zuletzt nicht sehr hoch, betrug in den letzten sechs Monaten nur 300 Millionen US-Dollar. So dass hier vorerst, meines Erachtens zumindest, kein weiterer Finanzierungsbedarf in Form von Kapitalerhöhungen anstehen dürfte. So dürfte das größte Risiko aktuell darin bestehen, dass eine Studie scheitert oder ein Medikament nicht genehmigt wird. Nach dem Scheitern der SERP 9001-Studie halbierte sich die Bewertung des Unternehmens im letzten September. Ihr könnt es eigentlich hier sehr schön am Chart sehen, in einem Tag um die Hälfte. Ja, und somit sollte man sich bei Biotechnologie-Werten natürlich genau vorher überlegen, wie viel Geld man hier riskieren möchte. Aktuell befindet sich die Aktie etwa 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das ist, glaube ich, kein Allzeithoch. Ja, und damit zeigt sie schon beachtlich relative Stärke. Nach dem Vorstoß auf ein neues Hoch bei 132 US-Dollar ist die Aktie jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen zurückgekommen. Und dürfte das Ausbruchsniveau von November bei 120 US-Dollar anlaufen. Hier könnte man mit einem Risiko von, sage ich mal, 10% durchaus auf ein antizyklisches Manöver setzen, sollte es hier zu einem Wendepunkt kommen. Also, dann gehen wir mal noch auf Exxam Therapeutics ein. Das wurde 2012 gegründet, ist also noch wesentlich jünger. Ebenfalls ein biopharmazeutisches Unternehmen. Und das entwickelt neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen Nervensystems, abgekürzt ZNS, für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ja, und so entwickelt es Produkte, die das Leben von Patienten entscheidend verbessern und Ärzten neue therapeutische Optionen bieten. Das ZNS-Portfolio, ihr seht es hier selbst, umfasst fünf Produktkandidaten, darunter AXS05, AXS07, AXS12, Solreamfetol und AXS14. AXS05 wird für die Behandlung von Depressionen und Unruhezuständen bei der Alzheimererkrankung und zur Raucherentwöhnung entwickelt. Ja, und das ist eigentlich auch das spannendste Produkt, wobei man auch hier, ihr seht es auch hier, gleich wieder darauf verweisen muss, dass das Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, wobei sich das allerdings bald ändern könnte. Denn am 28. November konnte es einen wegweisenden Meilenstein in der Alzheimererforschung verkünden. Konkret erreichte das Alzheimermedikament AXS05 von Exam den primären Endpunkt der in der Akkordphase 3-Studie und ist jetzt unter dem Markennamen Aufality für eine Indikation zugelassen. AXS05 ist ein neuartiger, oral einzunehmender Rezeptorantagonist mit multimodaler Aktivität, der für die Behandlung des zentralen Nervensystems entwickelt wird. Ja, und das größte Risiko dürfte meines Erachtens darin bestehen, dass, ja, neben der Tatsache, dass es noch nicht profitabel ist, das Unternehmen, dass AXS05 zwar sich als Blockbuster entpuppt hat, was den Erhalt von Genehmigungen angeht, der kommerzielle Erfolg allerdings ja noch aussteht. Es wird hier mit einem jährlichen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar gerechnet. Ja, und ob das wirklich dann auch eintrifft, das muss man hier erst mal abwarten. Die Aktie, die zeigt eine Vielzahl von Kurslücken. Ja, und daraufhin lässt sich natürlich auch erkennen, dass es hier sich um einen sehr, sehr spekulativen Wert handelt. Nichtsdestotrotz konnte die Aktie im letzten halben Jahr mehr als 250 Prozent zulegen. Aktuell bildet sie eine Base im Bereich des Jahreshochs aus. Prozyklisch bietet sich ein Trade an, wenn die Aktie im Bereich von 80 US-Dollar nach oben ausbricht. So, dann kommen wir schon zum letzten Unternehmen, das ist Acero Therapeutics. Da gehe ich nicht so ausführlich darauf ein, weil es schon wirklich sehr, sehr spekulativ ist. Noch spekulativer als die gerade vorgestellten Unternehmen ist. Ist ebenfalls ein Biotechnologieunternehmen. Die Marktkapitalisierung, die liegt bei 2,3 Milliarden US-Dollar. Und das konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten, die das metabolische Gleichgewicht wiederherstellen. Und den allgemeinen Gesundheitszustand von Patienten mit kardio-metabolischer, nicht-alkoholischer Steatophytates, also NASH abgekürzt, verbessern sollen. Der führende Produktkandidat des Unternehmens ist Efroxifermin, abgekürzt EFX. Efroxifermin zielt auf die Prozesse, die der NASH-Pathogonese zugrunde liegen und soll die Entzündung und die Fibrose der Leber bekämpfen, den Stress der Hepatozyten reduzieren, die Entzündung lindern und die Fibrose letztlich auflösen. Ja, wichtig zu wissen ist, dass das Unternehmen keinen Gewinn erwirtschaftet, aber auch keine Umsätze bislang erwirtschaftet. Ja, und ihr seht hier, die ersten Umsätze, die sollen nach Schätzungen erst im Jahr 2025 entstehen. Im September gab es zu EFX solide Phase 2b Daten, was die Aktie seitdem enorm anstiegen ließ. So wurde bei den mit EFX behandelten Patienten statistisch signifikante Verbesserungen bei Leberfett, Leberenzymen und dem Körpergewicht festgestellt. Ja, und obwohl es sich um eine kleine und kurze Studie handelte, schnitt das Medikament bei mehreren Parametern gut ab, was ja letztlich immer ein gutes Zeichen ist. Grundsätzlich ist aber darauf hinzuweisen, dass die Pipeline relativ klein ist und eine mögliche Marktzulassung ja noch relativ weit entfernt ist. Und somit könnten mehrere Rückschläge ausreichen, um das Unternehmen vom Markt zu fegen. Also von dem her einfach hier ein bisschen vorsichtig sein, wenn man hier reingehen will. Die Aktie von Acero erreichte im letzten Jahr ihr Tief bei 7 US-Dollar und war lange Zeit in einem Abwärtstrend gefangen. Mit der positiven 2b-Studie kam es letzten September zu einem Kurssprung von über 100%. Ja, und seitdem legte die Aktie nochmal um weitere 100% zu, ist aber zuletzt wieder in eine Konsolidierung übergegangen. Der GD50 könnte eventuell auf dem aktuellen Niveau als Unterstützung, als Halt dienen. Aber bei so einem spekulativen Wert wie Acero ist es natürlich auch denkbar, dass die innerhalb kürzester Zeit wieder runter an die Pivotal Priceline im Bereich von 25 US-Dollar läuft. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und ich bin gespannt, welches Unternehmen im nächsten Monat zu den Gewinnern zählen wird. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.